Meine Damen und Herren, liebe Angehörige der Freien Universität Berlin. Es ist ziemlich genau ein Jahr her, dass die Freie Universität von heute auf morgen in den Minimalpräsenzbetrieb wechseln musste. Gleichzeitig wurde das öffentliche Leben massiv eingeschränkt. Kaum jemand von uns hätte damals wohl erwartet, dass uns die Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie so lange begleiten würden. Seit Monaten begegnen wir anderen Menschen nun überwiegend auf Monitoren. Kein Zweifel, das ist anstrengend. Egal wie gut, wie flexibel, wie schnell wir reagieren, als Organisation oder als Individuum, die Situation war und ist belastend für uns alle. Vielleicht hilft es Ihnen zu wissen, dass auch viele andere in unserer Universitätsgemeinschaft ähnliche Sorgen und Probleme haben. Wer im letzten Jahr das Studium bei uns an der Freien Universität begonnen hat, konnte das Campusleben noch nicht unmittelbar erleben. Auch wenn die Vielfalt des Lebens an der Freien Universität im letzten Jahr natürlich nicht verloren gegangen ist. Studierende und Hochschulangehörige mit Kindergarten oder Schulkindern waren unglaublich gefordert. Und auch all diejenigen, die sich um Familienangehörige kümmern oder sorgen mussten. Ich kann Ihnen allen nur noch einmal sagen, wie dankbar wir Ihnen sind. Für alles, was Sie ganz persönlich leisten. Für den täglichen Spagat zwischen Homeoffice und Homeschooling, Kinderbetreuung und Studium zu Hause. Für Ihre Solidarität, Ihre Flexibilität, Ihre unendliche Geduld und Ihre Bereitschaft zu improvisieren. Für die kommenden Wochen und Monate streben wir natürlich Schritte zurück in Richtung Normalität an. In Forschung und Lehre, in unseren Bibliotheken, in den Computerpools, in Arbeitsräumen und in den Mensen. Wir tun, was wir können, wenn es vertretbar ist. Aber auch nicht früher. Ich kann und möchte Ihnen da auch nicht zu viel versprechen. Es ist einfach so, dass wir auch an der Freien Universität noch eine Zeitlang auf Sicht fahren müssen. Wenn wir alle uns dabei weiterhin in unserem Gemeinschaftsprojekt Freie Universität engagieren, jeder und jede Einzelne mit seiner oder ihrer Aufgabe, wenn wir dabei gleichzeitig Acht geben, aufeinander und auf uns selbst, dann ist es gut für die Freie Universität und gut für uns. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Nicht nur für Ihre Gesundheit. Ich wünsche Ihnen erholsame Semesterferien mit ausreichend Zeit zum Durchatmen. Und ich freue mich schon jetzt auf ein echtes, persönliches Wiedersehen jenseits der Monitore.